Moin! Dieses Gebäude ist nicht nur die älteste Apotheke Berlins, sondern auch ein Sonderfall in unserem Ranking. Warum? Das Gebäude ist eigentlich viel älter wie das Nachbargebäude aus dem 19. Jahrhundert. Aber es hat eine Veränderung erfahren und zwar Ende der 20er Jahre hat der Inhaber dieses Gebäudes die Entstuckung beauftragt. Das heißt, er hat den Stuck, der auf dem anderen Gebäude noch gut zu erkennen ist, entfernen lassen. Dafür eine sehr, sehr moderne Gestaltung im Stil des neuen Bauens gewählt und auf diesen Linien Werbung angebracht. Also ein interessantes Gebäude, das eigentlich nicht aus den 20er Jahren kommt, aber trotzdem habe ich die Tour der 20er Jahre transportiert.